Oh ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Abo-Special. Ich meine 100 Abos, das ist einfach nur geil. Und deswegen habe ich mir jetzt auch mal gedacht, wir machen heute einfach mal eins. Und ich werde euch einfach zeigen, was 2012 so passiert ist, weil ich meine heute ist 21.01.2013. Ja, ich nehme das heute auf. Ihr werdet auch gleich sehen, dass ich da noch nicht 100 Abonnenten hatte, aber ich gehe davon aus, dass wir am Freitag, also heute, also da, wo ich es hochgeladen habe, 100 Abonnenten haben werden. Ja, ich gebe einfach so einen kleinen Überblick, was so geplant ist, was wir so gemacht haben, was so passiert ist in 2012. Oh, ich habe ein Bit geöffnet. Oh mein Gott, okay. Hier steht eine 0. Oder eine 2, oder eine 1, oder eine 2. Ja, hätte man sicher denken können. Ähm, dass es ganz zufällig ist, ist auch logisch. Nein, ohne Spaß. Also ich will einfach einen kleinen Überblick geben, was ich so geil finde, was mir den Ansporn gibt, trotz mäßiger Aufrufe bei Let's Plays immer wieder den Ansporn zu geben. Und deshalb nehme ich ganz einfach eine Antwort, die ganz schnell gesagt ist. Ihr. I-H-R. Ich kann es hier auch nochmal reinschreiben. I-H-R. Ja. Oh ja, können wir noch reinschauen? Können wir noch reinschauen? Können wir noch reinschauen? Ja. Ja, 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 so ist es perfekt. Genau, so. Ihr. Ähm, ich denke einfach mal, dass 100 Abonnenten heißt, dass 100 Leute, wenn ich jetzt einmal meine Videos angeschaut habe, die man alle hier findet. Oh ja. Ähm. Ähm. Und ich finde es einfach geil. 100 Abonnenten hört sich schon ganz anders an als, äh, 90 Abonnenten, so ein Scheißkuss, wo den 100 gestrandet oder was? Mit einem Meer auf der Insel, Scheißdreck. Nein, 100 Abonnenten sind geil. Dann haben wir natürlich noch heute, tagesaktuell, aktuell ist, ja, ich habe 98 Abonnenten, ich weiß es. 208.416 Videoaufrufe. Das ist ja toll, wa? Ja, da könnt ihr hier mal ganz kurz meine Analytics-Zeit schauen. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Bleibt mir gelangt, okay. Ganz kurz. Schaut euch das an. Oh! Vorgestattet auf den Fischaufrufen an einem Tag. Oh, geil! Juhu! Ähm, ja, dann noch hier, ja, ich bin seit Juni auf Twitter. Ist auch halbwegs erfolgt, aber ich meine, 60 Follower oder so. Ist gut. Ist gut. Ähm, könnte ich nicht gerne auch noch verloren. Ich habe damit auch mal geplant, es soll sich so hyper-professionen, oh mein Gott, ich bin der Grund 2 und 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 Honeyball und Pete's Meat und alles bin ich jetzt in einem, nein. 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 Ähm. Ja. Ich habe damit geplant, mal auf Facebook zu gehen. Habe ich, glaube ich, vergessen. Vielleicht mal jetzt noch, ich weiß nicht. Auf alle Fälle, hier, 31. August, ihr könnt das alle sehen, 31. August, was habe ich da getweetet? Hä? Was hat er getweetet oder getwittert? Noch 100.000 bis ich 100.000 Aufrufe habe, oh mein Gott. Jetzt habe ich über 200.000. Ja, und dann 1. September war es soweit, 100.000 Aufrufe. Also sechsstelle ich sowas von geil. Ja, dann gehen wir jetzt hier mal weiter nach oben, weil... So, hier. Lol. Habe ich jetzt falsch geklickt? Äh, muss ich hier sein? Ja, na, äh. Alter, 100.000 Aufrufe, oh ja. 5. November, waren wir schon bei 150.000 oder 6. November. 6. November. Ähm, ja. Dann kam auch schon das neue Profilbild. Hier. Komplett nach. Was jetzt, als ich auch schon wieder gereplaced wurde, wie man hier in meinem Kanal sieht, durch ein topaktuelleres Profilbild, nämlich mit einer 200.000... Oh. Ja, äh, 200.000 davor. Das wird jetzt übrigens auch bei 250.000, bei 800.000 und was weiß ich alles passiert, ja. Da setze ich immer so eine Zahl davor, dann sieht man das sofort, wie, dass wir gerade wieder einen Meilenstein geklackt haben, weil, mh, mein Meilenstein ist eigentlich im Moment alles. Also, nicht jeder Aufruf, aber, ja. Bei 250.000, bei 300.000, bei 400.000, bei 500.000. Ja, ist ja auch völlig wurscht. Dann, mh, noch ein Werdegang letztes Jahr. Oh mein Gott. Und, wir haben nicht mehr die 200.000 erreicht, weil die haben wir nämlich erst hier erreicht. Oh ja. Am 6. Januar, ein Tag vor Schulbeginn, wollen wir leider immer noch nicht bis 200.000, sondern erst, leider erst am 8. Januar, genau, hier, 200.000 Aufrufe. Oh mein, das war, das war wieder mal geil. Das war richtig geil und ich freue mich. Ich freue mich wirklich darüber. Ja, dann hier nochmal kurz ein Cut von Biber, Tweet, egal. Damit ihr euch jetzt aber nochmal ganz kurz daran erinnern könnt, was wir denn alles dieses Jahr gestartet haben und was weiß ich und was weiß und was weiß und was weiß ich alles. Wir haben ja relativ viel gestartet und auch hier aufgehört und fallen gelassen und ja, was jetzt noch länger gehen wird, ist auf alle Fall Age of Empires, was wir hier haben. Oh ja, A, O, E, 2. Also hier werden intern, werden hier Abkürzungen benutzt, die gibt's gar nicht, aber die sind einfach so geil. Das wird auf jeden, ich sag's nochmal, auf jeden Fall weitergehen. Wir haben noch so viele Folgen, ich glaub, grad ist Folge 13 oder wat online gegangen, äh, 24 ist am Start. Und bis jetzt hat sie sich mal aufgenommen. Wir machen den Plankler kaputt. Wir machen den Plankler kaputt. Danke. Ja, dann haben wir noch gestartet, erst vor kurzem Happy Wheels, hab ich grad gerendert, äh, Folge 4. Dieses Wochenende grad. Und dieses Wochenende von Folge 4, jawohl. Hin, 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 Gas geben, drüberfahren, Gas geben, drüberfahren. Ja, dann hatte ich noch ein paar Redstone-Tutorials gemacht. Minecraft-Mod-Reviews, äh, vor kurzem. Hier fährt der Erste. Ja, wird weitergehen. Gibt da nicht so viel zu sagen. Bad-Tutorials, ähm, finden meine komplett sinnlos, ich find's im Nachhinein auch komplett sinnlos, ist ja völlig wurscht, schaut es euch an. Ja, sonst, was gab's noch? Ah, ja, haben die Minecraft-Gameplays, ja klar. Hier, das, also, da war der größte Fail. Ne, hier, da war gar nicht so viel. Bei Multiplayer-Gameplay, da war der größte Fail, weil da bin ich mal locker, flockig, 15 Folgen gelöscht. Scheiß, ich baue nur Scheiße. Ganz kurz. Okay. Mal mal grad zu Styling-Zeug, das kommt mal hier hinter. Ahem. Ich wiederhole nochmal, 15 Folgen gelöscht. Da war dann auch der Ambient-TLP dabei, den ich euch hier grad einmal suche, weil das ist nämlich ein Real-Life-Freund von mir, genau, Ambient-TLP. Ähm. Ja. Der hat auch ein paar ganz nette Let's Plays, könnt ihr mal gerne reinschauen. Ähm, ich seh dir jetzt, in 3, 2, 1, Sekunden, seht ihr auch gleich das Logo hier in richtig fett. Achtung, jetzt nochmal in 3 Sekunden. Noch mal in 3 Sekunden, also Achtung. 3, 2, 1, Das war doch toll, oder? Das war doch so richtig geil. Genau, finde ich auch. Ähm. Ja. Kann ich mal reinschauen. Mit wem ich die meisten Let's Plays gemacht, Let's Plays gemacht habe, ist dieser Mr. Cool Guy hier. Oh ja. In den Spielen besser bekannt als Mr. Multimans, Let's Plays. Und, ja, der hat jetzt den besseren Computer natürlich, Let's Plays, aber im Moment keine Let's Plays hoch. Ich weiß nicht warum. Wir haben auch schon überlegt, ob das, äh, auch mal hier unsere Kanäle zusammenwerfen. Ich bin eher dagegen. Wir werden schauen. Wir werden sehen. Entschuldigen. Ja. Auf alle Fälle, muss ich sagen, da wird weiterkommen, eben, wie gerade schon angesprochen, die Multiplayer-Folgen, äh, die Age of Airways-Folgen, werden auch wieder mit ihm sein. Ja, was habe ich dann hier noch in meinem Zettel steht? Ah ja, Ah ja, Ja, Logo, was auch sonst. Was, was? Was war es? Ich wollte euch noch ganz kurz, gerade mal eben mal kurz noch vorstellen, was ich jetzt dann so plane zu machen. Also erstes mal, gehen wir hier mal wieder kurz auf unseren Kanal hier, und auf meinen Kanal, besser gesagt, würde es mich sehr freuen, wenn ich, äh, trotz der Abonnenten jetzt, ein bisschen mehr Aufrufen meine Gameplays kriegen würde. Das hier ist kein Wirbel-Video, das wird auch jetzt ganz sein. Dann, sehr gerne könnt ihr hier Adventure-Maps auf diesem Link, wo wir jetzt nochmal ranzoomen, ähm, könnt ihr hier auf diesem Link Adventure-Maps einsetzen, die ich jetzt playen soll, weil es ist aber relativ schwer, oder nicht unbedingt sehr schwer, selber welche zu finden, aber es wäre doch ganz nett, wenn ihr die zocken könnt, die ihr auch wollt. Entweder habt eine selber gemacht, was wirklich geil wäre, oder ihr schickt mir einfach eine, die ich so jetzt playen kann. Es soll dann bitte keine Jump-Maps sein, und vielleicht dann nicht eine, wo man unbedingt farrendert ist, das braucht, weil ihr kennt meinen Computer, der ist am Arsch, wir wissen es alle, gut. Gut, dann plane ich noch, weil ich hier nämlich gerade mal sehe, ich, ähm, schau hier gerade mal meine Spiele, ich nenne es mal Sammlung durch, die Sims 2 habe ich noch im Regal stehen, werde ich nicht machen. Finde ich zu langweilig für Let's Plays, finde ich auch von Gronkh zu langweilig, finde ich generell zu langweilig. Ähm, ich habe überlegt, ob ich nicht vom iPad ein paar Gameplays machen soll, nein, ich habe das nicht gejailbrikt, ich will es so aufnehmen, mit einer Videokamera, wahrscheinlich eher nicht. Dann, der Age of Empires 2 Pendant, sozusagen, hier, ist, äh, die Siedler 2, das könnte man gut einzeln, äh, einzeln, Singleplayer zocken, ist relativ unwahrscheinlich, aber, könnte es sein. Lol. Nein, wir wollen hier nicht das Farbschema ändern, genau. So finde ich es auch. Ja, ansonsten, wie lange sind wir uns schon auf Sendung? 10 Minuten erst, sehr gut. Ähm, ja, das wäre also so eine Singleplayer-Jef Empires, muss ich mir überlegen. Hier, Need for Speed funzt bei mir nicht mehr, dieses Scheiß-Spiel, ja, ganz ehrlich, ich lege das ein, wer frisst's, hakt 2 Minuten, wirft sie mir wieder raus, ich hatte überhaupt keine Chance, irgendeinen Schlüssel oder irgendwas einzugeben. Also, entweder ich kaufe sie nochmal neu, oder, das ist auch gestorben. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Moorhund-Spiele auf Lager, da habe ich mir überlegt, ob ich nicht mehr so ein Rage-Let's-Play machen könnte, von Schatzjäger, Moorhund-Schatzjäger, oh ja, googelt das mal. Das sind nämlich richtig geile Spiele, also da braucht man wirklich schon ein bisschen Skill am Ende. Die ersten Levels kann man durchrennen wie nichts, aber hier, Schatzjäger 3 habe ich gerade in der Hand. Also, das wäre auf alle Fälle nochmal was, was ich mir auch ganz lustig vorstellen könnte. Dann ein Teil, das wieder ins Wasser gefallen ist, ist leider Asterix und Obelix. Ja, ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, aber das Zeich ist einfach so geil, ja, also das hätte ich so gerne gespielt, aber auch da, Kompatibilitätsprobleme mit Windows 7, keine Ahnung. Ähm, ja, ansonsten, muss ich mal gucken, ob ich vielleicht noch Team Fortress hier weitermache, da bin ich mir wirklich auch überhaupt nicht sicher, oder schlüssig, oder sonst irgendwas. Habe ich jetzt mal, ähm, ja, ähm, auf Twitter gibt es auf alle Fälle die neuesten Nachrichten, was so ansteht und abgeht und irgendwas ist, ähm, ja, das ist ja jetzt alles für das kommende Jahr gewesen. Wenn wir vielleicht bis, bis in absehbarer Zeit, ähm, 150 Abonnenten geknackt hätten, dann kommt da nochmal ein Special, da sage ich dann nochmal was zuvor. Ja, das wäre es dann auch schon wieder von mir gewesen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was zeigen können, machen können, wollen können, irgendwas gemacht. Ja, ich weiß, lass mich jetzt in Frieden, ich will nicht dieses scheiß Farbschirm, äh, also dieses Teams-Werte, äh, Ausrufezeichen, hier hat nichts zu bedeuten. Jetzt muss man nur wegklicken irgendwie, jetzt lass mich in Frieden. Nein, ich will dieses aktuelle, oh, Gott. Ansonsten genießt jetzt nochmal ganz kurz die Abspannmusik. Mach ich denn ein Video dazu? Im Abspann? Ach, mach mal ein Video dazu, oder? Ja, dann seht ihr das Video mit dem Abspann, der Abspannmusik. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut auch das nächste Mal wieder rein. Schaut das nächste Mal wieder rein. Ja. Ciao. 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 Ciao.